Die Mitglieder der NATO müssen ihre Waffenproduktion in den kommenden Monaten erhöhen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am 30. Dezember der Deutschen Presseagentur. Angesichts des sich hinziehenden Krieges in der Ukraine wird Europa immer häufiger aufgefordert, aufzurüsten, was jedoch unbeabsichtigte Folgen haben könnte. Stoltenberg erklärte in einem Interview mit BBC Radio 4, dass die NATO über genügend Waffen für ihre eigene Verteidigung und für künftige Waffenlieferungen an die Ukraine verfügen müsse. Er erklärte dazu, Zitat, Die ukrainischen Streitkräfte hatten mehrere Monate lang die Oberhand, aber wir wissen auch, dass Russland viel mehr Kräfte mobilisiert hat, von denen viele jetzt trainieren. All das deutet darauf hin, dass sie bereit sind, den Krieg vorzusetzen und möglicherweise eine neue Offensive zu starten. Der Trend zur Militarisierung Europas hat in der Vergangenheit Schockwellen durch die Welt gesandt. Dieses Mal wird der Trend in einem anderen Licht gesehen und sogar gefördert. Die westlichen Staats- und Regierungschefs hoffen, dass die europäischen Länder die militärische Aggressionen Russlands ausgleichen können. Doch insgesamt gibt die Europäische Union weit mehr für das Militär aus als Russland und verfügt über eine überlegene Militärindustrie. Die Posaune sieht die militärische Aufrüstung Europas in einem anderen Licht. Die biblische Prophetie warnt, dass wir alarmiert sein müssen, während die Welt den militärischen Aufstieg Europas feiert. Wie wir in dem Artikel Europa verstärkt seine Bemühungen zur Einrichtung Vereinigter Streitkräfte festgestellt haben, Der verstorbene Herbert W. Armstrong gründete seine Prophezeiungen auf Bibelstellen wie Daniel 2 und 7 sowie Offenbarung 13 und 17. Hier wird eine europäische Macht beschrieben, die in der Endzeit aus 10 Ländern oder Ländergruppen besteht. Viele andere Bibelstellen warnen von einer großen, kriegführenden Macht in dieser Endzeit. In Jesaja 10, Verse 5 bis 7 sagt Gott, dass er Deutschland, das Assyrien in der Endzeit, aufsteigen lassen wird, um zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Habakuk spricht von derselben Zeit und nennt die europäische Macht in der Endzeit Chaldea. Dieses Mal bezieht er sich auf die religiöse Natur dieser Macht. Sie wird hier beschrieben als ein bitterböses und ungestürmes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Das war von der Schlachterübersetzung. Zitat Ende. Ich empfehle Ihnen den Artikel Europa verstärkt seine Bemühungen zur Einrichtung Vereinigter Streitkräfte auf unserer Webseite deeposone.de zu lesen. Dort erfahren Sie mehr, wo diese Ereignisse hinführen werden. Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at deeposone.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Josué Michels. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.